Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück in Kalimdor diesmal, das kann ich euch schon mal verraten. Ich weiß nicht, erkennt ihr schon, wo ich bin? Ich finde, eigentlich ist das relativ klar und ich bin von alleine auch drauf gekommen. Ja, ihr könnt ja wieder mal, ne, das alte Spiel, an welcher Stelle habt ihr erkannt, wo ich so hin will. Ich gehe einfach mal hier so rüber. In dieses Gebiet bin ich beim letzten Mal gar nicht geflogen, aber ich finde es immer noch toll. Also es gab ja in den letzten Videos zu diesem Azeroth Minecraft die Aussage, dass das halt nicht selber gebaut wurde, sondern mit einer Maschine, ach mit einer Maschine, mit einem Programm, ja, meine ich natürlich, Maschine ist sowieso der Rechner, mit einem Programm nachgebaut wurde. Das weiß ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen, ja, nein. Kann ich mir aber gut vorstellen. Ich meine, wenn man sich wiederum auf der anderen Seite vorstellt, das hier alles per Hand quasi zu machen, ist ja fast schon unmöglich, oder? Daher könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das Ganze hier per irgendeinem Renderprogramm oder so gemacht wurde. Ja, ich weiß nicht, für alle die, die noch nicht erkannt haben, wo ich bin, ob jetzt langsam der Grosche fällt, aber ich denke, spätestens jetzt, ja, wird bei allen klar sein, wo das Ganze hier sein soll. Ich kann ja mal kurz in die Richtung drehen, dass sich das hier alles schön aufbaut und dann, na, ja, also ziemlich eindeutig von hier oben. Sieht einfach klasse aus, Orgrimmar, finde ich. Und hat wirklich was, wie ich finde. Top. Also innen drin ist teilweise, wenn man halt so ganz nah dran geht, dann sieht es halt nicht mehr ganz so gut aus, ne. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier runtergehe und direkt vor das Haus von Garrosh gehe zum Beispiel, ne, dann, ja, denkt man sich, ja, was soll das sein? Aber so aus größerer Entfernung sieht man es halt auf jeden Fall. Also, ne, ihr seht jetzt auch hier, also es ist wirklich alles unheimlich toll nachgebaut, äh, wie ich finde. Eine klasse Sache, also, top, das Ganze. Hier oben, ne, die Fahrstühle. Ich weiß gar nicht, haben sie die Brücken auch gebaut zwischen den einzelnen Sachen? Ne, die jetzt dann nicht, aber gut. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht, aber sonst, ne, ist halt alles da. Ihr seht hier das Kuhdorf, ne, zum Beispiel. Und hier drüben sieht man jetzt diesen Portalkreis auch wieder. Wir können ja mal in Richtung Ajara gehen, würde ich mal vorschlagen. Und, ähm, ja, schauen uns mal hier jetzt das Tal der Ehre an. Da sind wir. Oder Weisheit, ach, ich vergesse immer, beziehungsweise vertue mich immer, wo ich jetzt hier genau bin. Teil der Ehre, Teil der Weisheit, Teil der, weiß ich nicht, ne? Ist ja alles aber egal. Ja, da hinten, äh, eigentlich, äh, die Sache mit den Übungs, ähm, Dummies. Und hier übrigens im Patch 5.1, in dem Gebäude, die Brawlers gilt drin, ja. Also, die Raufga-Arena, wie sie auf Deutsch so schön heißt. Und hier hinten der Ausgang von Orgrimmar. Tolle Sache. Ich würde sagen, wir schauen, bevor ich nach Ajara rausgehe. Ähm, ist ja hier hinten der tolle Ausgang. Äh, schauen wir uns aber gleich nochmal die Goblin, äh, Slums an, so dass ihr die auch nochmal gesehen habt und dieses, äh, ja, Troll-Dorf und fangen dann, äh, gleich auf der Rückseite wieder an. So, jetzt sind wir hier wieder in Orgrimmar und, ähm, ja, ich will hier einmal nach unten gehen, weil ich hab mir gedacht, Mensch, wenn's das schon gibt, dann gucken wir uns nochmal an, wie es da unten so aussieht. Da ist ja auch der Eingang der Instanz, etc. Und diverse Hexenmeister, Lehrer und so weiter, ne? Ja, okay, das hier sieht irgendwie, also mal abgesehen davon, dass es dunkel aussieht, äh, sieht's auch in keiner Weise so ähnlich aus, wie das, was wir kennen. Ups, komm ich hier überhaupt wieder raus? Jetzt bin ich verlaufen. Was denn da unten? Gucken wir mal da rein. Bevor ich mich jetzt hier weiter verlaufe, aber ist egal. Soll das vielleicht Ragefire sein? Guck mal, das ist die Instanz. Oder? Ups. Kleiner Grafik-Bug, aber... Ne, ist auch nicht die Instanz. Naja, also, äh, das hier unten auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, falsch gebaut, könnte man sagen. Ja. Und, äh, definitiv nicht so richtig, 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 ja. Gucken wir hier hinten wieder raus. Gucken wir mal. Ich meine, ich komme auf jeden Fall wieder raus, aber... Ne, man kommt hier tatsächlich auch raus. Da sind wir. Wird natürlich jetzt auch gerade dunkel hier. Aber ich denke, ähm, in der Dunkelheit... Wir sind jetzt hier wieder bei Garish's Haus. Hier ist auch nochmal eine Brücke. Und können jetzt nochmal zu den Trollen wechseln. Das sieht man so ein bisschen mal, oh, grimm mal bei Nacht. Die Trolle haben nämlich hier auch sehr viel, beziehungsweise die, äh, Goblins, ne. Ihr seht hier die Goblin Slums. Ja, sieht echt gut aus. Und hier hinten kommen wir dann bei den Trollen. Ja, ne, das ist auch wirklich, äh, akkurat quasi nachgebaut. Und der Hinterausgang von Orgrimmar, der andere. Das ist ja der dritte Ausgang quasi. Den wir jetzt hier von Orgrimmar sehen. Gehen wir mal raus. Da ist auch die Brücke. Wie sieht sie hier, ne? Ich kann auch mal drüber gehen, theoretisch gesehen. Und da sind wir jetzt, ähm, ja, in dem Gebirge, ne. Was dann am Ende ist. Da war nochmal der Ausgang. Ich weiß gar nicht, dass Garage das so lässt. Untypisch für ihn. Gehen wir mal über die Brücke rüber. So, ja, ich würde sagen, schauen wir nochmal eine Achara. Und, äh, ja, gucken uns, wie das dort so umgesetzt wurde. So, wie angekündigt sind wir hier vor dem Achara-Eingang von Orgrimmar. Und, ähm, ja, ihr seht hier, ne? Das ist auch wirklich wieder cool nachgebaut. Hier diese Grube. Äh, für alle, die jetzt nochmal mir sagen, ich muss diese dusseligen Wolken deaktivieren. Das hat man mir schon gesagt. Ähm, ich weiß nur leider nicht, wie. Ich bin ja leider auch nicht der Minecraft, äh, Pro. Äh, ich werde es mal Jens, äh, an Jens weitergeben. Von Guildhome, der das Ganze ja für uns hier umgesetzt hat. Ja, falls ihr, äh, generell, äh, Interesse habt an einem Server, äh, der so ist, ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, äh, gibt's die von Guildhome. Die kosten aber auf jeden Fall einiges, äh, weil da halt wirklich sehr viel Arbeitsspeicher, sehr viel, äh, Festplattenspeicher, sehr viele CPU-Kerne halt für draufgehen. Und daher ist der ein bisschen teurer. Aber vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür. Dann, ja, kann man das, äh, machen. Einfach eine E-Mail schreiben an support-at-guildhome.de. Während wir hier, ähm, diese Rennbahn sehen. Von Archara, also die Bäume sind hier auch echt gut getroffen, finde ich. Bin mal gespannt, ob wir hier zu diesem Experiment auch kommen, wo am Ende dieser Dinosaurier entsteht. Der ja, ähm, dann nach oben fliegt, irgendwie Seven of Nine oder so. Das ist hier irgendwann gleich rechts eigentlich. Weiß gar nicht, das ist ja so ein bisschen größere Dimension, wenn man hier, äh, in Minecraft unterwegs ist. Als jetzt, ups, fahre ich natürlich, äh, fahre ich, ja. Hau ich natürlich direkt gegen eine Wand. Ähm, als das in, ja, anderen, äh, oder im Live-Spiel halt so ist, ne. Von daher, ach, hier ist dieser See. Ja, ich erinnere mich. Ja, dann kommt das, glaube ich, erst noch. Also die Strecken sind hier einfach gefühlt weiter zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, aber ich finde, sie sind gefühlt ein bisschen weiter. Und, ach, hier, guck mal, hier ist das. Da ist diese Rakete von dem. Wahnsinn. Also, toll nachgebaut. Ich werde mir auf jeden Fall noch jetzt diesen Hafen angucken, den die Goblins, äh, sich hier, äh, gebaut haben. Nachdem ich hier mit Bäumen, mit Blättern kollidiere und gedacht habe, na, da muss ich doch durchflutschen. Ne, aber geht nicht. Und, ähm, ja. Ich finde es echt top, was die Leute hier geleistet haben. Sei es jetzt, äh, durch irgendwie eine Maschine. Ach, eine Maschine, schon wieder. Maschine. Durch ein Programm. Oder wie auch immer. Das muss man erst mal entwickeln, ne. Also, ähm, ich weiß natürlich auch nicht, ob die das gemacht haben. Aber, ähm, mein Kompliment dafür. Sieht echt cool aus einfach. Also, es ist wirklich gut geworden. Schade, dass es hier keine Minecart-Bahn ist. Das wäre natürlich noch lustiger. Könnte man, ähm, hier fahren. Das hätte auch was. Aber, naja, das geht wohl nicht. Äh, da das einfach, äh, zu sehr hoch und runter geht. Schätze ich mal. So, ja, hier baut sich das leider alles erst mal so ein bisschen auf. Ich weiß nicht genau, ob das an mir liegt. Oder an, ähm, dem Server hier. Ich kann ja mal ein bisschen rückwärts fliegen. War schon, äh, beeindruckend. Wie sie das Ganze nachgebaut haben. So, nun kommen wir hier zu dem Goblin-Hafen. Da hat er sich schon zum Teil aufgebaut. Ich hab, ähm, euch mal ein bisschen den Flug über das Meer erspart. Und, äh, nee, toll. Also, Goblin-Hafen hier, nicht schlecht. Ist auch super geworden, finde ich. Mal sehen, ob die auch diesen, äh, Wahnsinns-Aussichtspunkt müssen, die ja auch drauf haben. Das hab ich schon mal gesehen. Oh ja, da, äh, materialisiert er sich quasi gerade. Ähm, halt dieses Fernglas nach oben. Zeigt das ja, ne? Und, äh, das sieht man auch wirklich richtig, richtig gut. Da. Kommt das? Beziehungsweise ist es schon. Ja, da baut sich das letzte, äh, auf. Ja, ist natürlich kein echtes Fernglas. Haha. Aber, sieht echt top aus, finde ich. Also, super, super Arbeit hier gemacht von den Leuten. Toll. Sieht's aus. Ganz, ganz toll geworden. Ja, das war, äh, die Folge für heute. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr sehen wollt. Ich hab euch jetzt Urgrima gezeigt. Ähm, falls ihr noch was anderes sehen wollt. Also, Urgrima war beim letzten Mal so das meistgeforderte. Dann zeige ich's euch natürlich. Northrend ist, glaube ich, ja, hier nicht mit drauf. Genauso wenig wie Pandaria. Nur, äh, Azeroth und Kalimdor. Also, falls ihr eben hier noch was sehen wollt in diesem Gebiet, dann lasst es mich wissen in den YouTube oder, äh, komm uns auf venyen.eu. Und, ähm, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Venyen.